Wir haben dann unsere Reise mit einem Linienbus, den ich gehabt habe, fortgesetzt und haben 4,50 Dollar bezahlt. Wir haben es nicht passend gehabt, wir haben 5 Dollar gegeben. Da ist der Automat hier vorne. So dahinter kann ich jetzt nicht filmen, die gucken mich alle an, weil wir sitzen ganz vorne. Jetzt sind wir in der ersten Reihe und haben 100 Dollar gespart. Und wir werden morgen die Stadt schön mit allen Linienbussen erkunden, muss ich sagen. Okay, erstmal. Schön aus, ich sag mal hier hoch, in dem Bus. Es zieht vor allen Dingen nicht. Und er ist 100 Dollar billiger. Das sind die Streifen, die wir gestern noch haben, am Freitag noch hinzufahren. Wahrscheinlich, ja. Wenn du den Stich da oben fährst. Ja? Ich habe dich gesehen. Ach ja. Da hinten, ja. Alles. Ja. Ja gut, wir machen mal ein Beuschen hier von dem Bus fahren. Wie man sieht, sind wir die Prozessen strahlen. Da drüben fährt wieder so ein roter Bus, der uns für ein bisschen was über 100 Dollar da runtergefahren hätte. Oder hat. Wir sind wieder am Ausgangspunkt angekommen. Und der Spaß hat uns Bormann 2,25 Dollar gekostet. Statt 100 Dollar. Jetzt holen wir uns nochmal den Busplan an. Und das war eine super Geschichte hier mit dem städtischen Bus. Golden Gate hat uns wieder. Das Wurm war die Prinzessin schon überweiten gesehen. Na ja, dann greifen wir das morgen ganz, ganz lässig hier an. Für 2,50 Dollar lassen wir uns reinfahren, nach China Town. Alles, was wir da sehen wollen, ist da unten. Und dann lassen wir uns für 2,50 Euro wieder hochfahren. Sau, die kassieren dann ab mit dem Bus. Dann donnern die da durch, durch die Stadt. Du wirst gar nicht, wo du aussteigen sollst, oder nicht? Da sieht man, hopp, 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 hopp. Ja, wir waren froh gewesen, dass wir nicht da durchgefahren sind, weil das war bloß 11 Fuß hoch. Und jetzt sind 12. Und na ja, das war es erstmal. Jetzt brauchen wir noch eine. Und hier vorne ist wieder das riesige Kabel. Das war heute unser salzigen Tag gewesen. Jetzt geht's zurück. Und da wird zum Essen gemacht. So.